Ich glaube, in einem Gangsterfilm würde ich jetzt sagen, fa 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 fa. Ja, und ich wollte schon sagen, wo geht's hin? Wir leben in einer bösen Welt. Christoph, du spielst Josef oder bist fast schon Josef. Ich hab mit Frederik schon gesprochen. Es ist so ein bisschen Bud Spencer und Terence Hill Treffen auf Houses Gael ist. Wie würdest du es beschreiben? Ja, es ist schon so, wie unser Regisseur Marvin gesagt hat, es ist Bud Spencer und Terence Hill Noir. Das finde ich sehr schön. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Wie würde denn Josef den Charlie beschreiben? Ich sag mal, Freund. Ja, ja. Wahnsinn, das ist eine Frage. Das ist eine gute Frage. Wenn du überleben willst, musst du gemeiner sein als die anderen. Die Sache ist, es ist alternativenlos. Wir zwei sind ein Team geworden und es gibt niemand anderen für uns auf der Welt in dem Moment. Also für Charlie noch eher, der hat die Familie und das ist seine Mission, die zu retten. Aber für Josef, für Josef ist Charlie wahrscheinlich wirklich der erste Mensch seit langem zumindest, der ihn ernst nimmt. Und der ihn auch als Mensch nimmt. Und den er auch dann rettet vor sich selbst ein bisschen. Ja. Ist vielleicht der erste Freund, den er wirklich hat. Entschuldige, seit langem heute. Entschuldige, bitte. Du musst ja noch fahren. Ich muss ja noch fahren. Sie sind brutal sehr brutaler. Sie sind ekelhaft sehr ekelhafter. Wir haben schon gesagt, hier musste man sich eigentlich anschnallen, aber obwohl dieses Auto würde sich nicht melden. Es ist so ein bisschen klassisch. Ihr fahrt sehr, sehr viele Autos. Wie war es für dich, als du erfahren hast, du bist so der Fahrertyp? Fährst du zum Beispiel privat auch sehr gerne Auto? Ich fahre gerne. Es ist zweckmäßig. Aber ich denke, weil ich sehr viel fahren musste schon in meinem Leben, bin ich auch ein erfahrener Autofahrer. Ich will nicht sagen, dass jeder sagt von sich selbst, dass er gut ist. Das sage ich natürlich nicht über mich in meiner Bescheidenheit. Aber es war dann doch sehr interessant, weil wir hatten, also speziell ich musste sehr viel fahren. Teilweise hatte ich vier, fünf verschiedene Autos am Tag. Und es ist natürlich auch dann, also wenn ich jetzt die ganze Argenstanz im Auto nicht selbst gemacht habe, aber zumindest anfahren, wegfahren, so gewisse Sachen. Und es ist ja, da ist die Warnblinkanlage und hier ist das Licht. Und es ist immer ein bisschen anders, immer so ein bisschen anders. Man muss dann natürlich sehr schnell und exakt sein. Und eine sehr lustige Begebenheit. Ich bin nach so einem Drehtag, so einer Drehnacht, wo ich mit vier verschiedenen Autos gefahren bin, nach Wien zurückgeflogen und habe mich mit meiner Frau getroffen. Und ja, wir sind dann nach Hause gefahren und sie hat gesagt, soll ich fahren? Sie hat gesagt, nein, nein, ich fahre schon. Und da sitze ich in meinem eigenen Auto und dachte so, okay, scheiße, wo ist jetzt die... Moment, wo muss es jetzt scheinen? Und meine Frau neben mir komplett geistert, ob ich besoffen bin. Nein, ich bin nur, Entschuldigung, das ist... Wo ist die Kamera, wo ist der Ton? Das ist so absurd. Ja, es ist mir schon ein bisschen Auferkehle, aber spannend. Du musst jetzt zeigen, wozu du wirklich fähig bist. Es sind acht Episoden. Hast du denn, oder kann man sagen, du hast eine Lieblingsszene oder einen Drehtag, an den du dich sehr gerne zurückerinnerst? Es gibt vor allem, wenn du so fragst, es gibt vor allem Drehtage, an die ich mich nicht gerne zurückerinnere. Es ist natürlich die Sache im Meer. Es war schon sehr kühl und wir sind um halb neun Abend, sind wir zum ersten Mal nass geworden und wurden um vier Uhr in der Früh trockengelegt. Also das war schon ziemlich an der Grenze. Aber ja, es war jeder, jeder Tag war... Es gab nie irgendwas, man macht das so nach Schema F, sondern es war jeder Tag eine Herausforderung. Es war immer neu und es war immer ein Entdecken wieder. Gemeinsames, das war eben spannend. So mit Fredi zusammen, mit Marvin. Ja, es war geil, es war immer so Work in Progress. Es gab nie so, das spiel ich jetzt mal so runter, sondern man musste immer irgendwas erobern. Und wieder so, das war so. Das ist so. Was sind so die Do and Don'ts, wenn man mal nach Wien fährt, wenn man in Wien ist? Oder vielleicht ein Krimineller in Wien ist? Was sind so die Do and Don'ts? Also wenn man ein Krimineller in Wien ist, sollte man sich nicht von der Polizei schnappen lassen. Auf allen Straßen. Ja, genau. Ein Don't ist auf alle Fälle, aber das ist wahrscheinlich überall auf der Welt so, nicht den Dialekt nachmachen wollen. Es gibt Menschen, die machen das gerne und natürlich auch sehr untalentiert, aber das ist ja selbstverständlich. Aber das gilt vielleicht auch für jede Stadt der Welt, wenn man etwas Interessantes sehen will. Nicht nach Mitte gehen, nicht in den ersten Bezirken, sondern eher in die Außenbezirke und so. Da ist das Leben dann eben prickelnder. Du, ja, also Kultur, viel anschauen und einfach die Stadt genießen. Das ist das Schöne. Man kann einfach so flanieren. Es wurde ja nicht so kaputt gemacht. Wien wie zum Beispiel Berlin. Man kann einfach so durch die Stadt gehen und einfach genießen, weil einfach schön ist. Ich finde, ihr macht gute Werbung für Wien und auch extrem Werbung für fantastische Schauspieler. in Österreich. Also ich muss sagen, die Amerikaner nehmen immer die Briten für die perfekten Bösewichten. Ich glaube, jetzt in Deutschland wird man die Österreicher nehmen, weil es fantastisch rüberkommt. Und auch immer mit so einem Schmäh, ich weiß nicht, ich kann es nur so wiedergeben. Also extrem sympathisch und extrem gute Schauspieler. Wie war das denn für dich, so eine Mischung machen? Also Österreicher und Deutsche aufeinandertreffen. Was hat man eigentlich so gemeinsam? Naja, Karl Kraus hat gesagt, der größte Unterschied ist die gemeinsame Sprache. Absolut. Ich habe viele neue Werte. Ich habe es mit Untertiteln geguckt. Ja, schon. Ja, klar. Das verstehe ich auch. Verstehe ich auch, ja. Aber es ist natürlich immer, obwohl wir uns sehr nahe sind, auch geschichtlich natürlich, aber es ist immer ein Clash of Cultures. Und das ist natürlich immer spannend. Also in jeder Form, in jedem Film, in jeder Serie, wenn sowas passiert. Und natürlich war es auch, also rein handwerklich für mich als Schauspieler, war es natürlich auch spannend, eben die Herangehensweise. Es hat eben jeder so seinen eigenen Stil, auch beim Spielen, beim Arbeiten. Und das war gut. Da kann man auch viel lernen von den Kollegen. Ja. Und es ist natürlich auch, weil du gesagt hast, diese Verbrecher, es werden jetzt die Wiener die böse Wichte sein. Ja, der Wiener als solches hat schon immer was Abgründiges. Also jegliche Figur, auch die Guten. Und das finde ich schon spannend. Und wenn das natürlich dann auf so eine straighte, deutsche Art trifft, entsteht was. Scheiße Papa, wir haben es verschießen. Wie ist es für dich, hast du schon mal geguckt, wie du auf Englisch klingst? Weil das ist ja das Fantastische an Netflix, dass die Serie gut auf Deutsch gedreht und gleichzeitig kommt es ja in verschiedenen Sprachen raus. Hast du schon mal so ein bisschen geguckt, was deine englische Stimme ist? Englisch denke ich nicht. Ich war irgendwo mal in einem Hotel und habe mir damals bei Freud angesehen, auf Italienisch. Ich habe mich bei Freud auf Italienisch gehört. Das ist sehr lustig, weil ich ja eigentlich, also ich sage mal für meine, dadurch, dass ich so ein raumgreifender Mensch bin, habe ich eine relativ hohe Stimme eigentlich. Für deine starken Knochen. Für meine schweren Knochen habe ich eine relativ hohe Stimme. Aber tatsächlich ist es dann so, wenn man dann synchronisiert wird. Also ich bin gespannt. Hast du es du auf Englisch gesehen? Ich habe tatsächlich vergessen, jetzt mal zu gucken, aber wahrscheinlich hast du dieselbe Stimme wie Robert De Niro. Das ist so lustig, dass du das sagst. Ich habe mich mal unterhalten mit Joffel Rush und der wollte wissen, wie seine Synchronstimme auf Deutsch klingt. Und ich habe ihm gesagt, das ist der gleiche Synchronsprecher wie Woody Allen und Sylvester Stallone. Ab dem 4. April auf Netflix Krooks. Ich durfte erst fünf Folgen gucken, acht sind es. Und ich sage jetzt schon, ich freue mich auf Krooks Staffel 2 oder hoffe auf Krooks Staffel 2. Wir hoffen alle, wir hoffen alle. Super. Ich danke dir sehr. Ja, das war gut, danke für das Video. Danke. Jessica!